hallo liebe freunde wie heißt es so schön wer rastet der rostet und ich bin heute ganz fleißig gewesen im studio und arbeite jetzt schon wieder am neuen album freue mich tierisch darauf endlich wieder ein paar geile rocknummern rauszuknallen und eine nummer ich finde die so geil und die würde ich euch ja noch mal vorspielen beziehungsweise mal anspielen so eine kleine hörprobe für euch koffi erfreut euch meine neue welt haben das ding schon auf ihrem handy gehabt hat gerade herum geschickt aber ich will ich natürlich auch daran teilhaben lassen also freunde horst mal rin ich bin wie gesagt hier mittendrin viel spaß mit dem neuen album was jetzt in 2022 kommen wird viel spaß aus dem schatten in das schluss und ich lasse dich niemals umstehen wie ein feuer in der nacht wie ein moment der uns unsterblich macht ich stehe hinter dir auch wenn du fällst ein wort das auf ewig hält er ist dann noch am abgrund doch heute gehört uns die ganze welt so und ich wir gehen nie wieder in die krieg viva la familia wir werden aufrecht wir lassen uns nicht verbiegen von nichts und niemand auf der welt so stark die stürmer auch gegen uns drehen wir bleiben bis zum ende bestehen weil die freundschaft uns heilig ist auch wenn alles um uns rum zerbricht ich stehe hinter dir auch wenn du fällst ein wort das auf ewig hält er ist dann noch am abgrund doch heute gehört uns die ganze welt so und ich wir gehen nie wieder in die krieg viva la familia wir werden aufrecht wir lassen uns nicht verbiegen von nichts und niemand auf der welt und mich technisch ausrichtig und wehrenhaft letzte träne so und ich wir gehen nie wieder in die krieg viva la familia viva la familia wir werden aufrecht wir werden aufrecht wir lassen uns nicht verbiegen von nichts und niemand auf der welt und mich technisch ausrichtig und wehrenhaft letzte träne so und ich wir gehen nie wieder in die krieg viva la familia wir werden aufrecht wir werden aufrecht wir lassen uns nicht verbiegen von nichts und niemand auf der welt und mich technisch ausrichtig und wehrenhaft bis die letzte träne fällt bis heute für sie und die Was für ein Brett. Ich freue mich tierisch auf dieses Album. Endlich mal wieder richtig abrocken. Das ist genau das, was mir jetzt echt schon lange fehlt und macht einen Riesenspaß. Ich habe das ja alles selber produziert und mache daran eigentlich alles selber. Die Texte, alles, die wir sagen, alles. Und das wird eine unfassbare Granate, Freunde. Da könnt ihr euch schon mal warm anziehen. Fühlt euch fest, ihr drückt, ihr Lieben. Ich finde, gerade in der heutigen Zeit ist es wichtig, mal wieder so eine Mucke rauszubringen, wo es um Aufrichtigkeit geht und so was alles, damit es nicht verloren geht und vergessen wird, worum es eigentlich geht im Leben. Fühlt euch gedrückt, Freunde. Bis dann. Ciao. Ciao.